So, dann mal wieder Willkommen zum Euro Traxym Hunter 2. Diesmal wieder mit der Traxym Map. Ganz unspektakulär. Jetzt fang ich schon das Stottern an. Mit einer Mercedes Actros, mit unserer Norscan Logistics Lackierung. Einen Double Krone Profi Liner, normal Aufleger mit Hänger hinter dran oder hier einen Double Trailer hinter dran. Ja, und wie gesagt, ganz unspektakulär. In Deutschland, Österreich unterwegs, Berlin Richtung Graz. Und das wollen wir einfach mal auf der Traxym Map machen. Einfach mal zum schauen. Hat mich jetzt einfach interessiert. Und ja, der löscht die alte Straße, wo man da gefahren ist, oder? Ne, Barcelona, Porto sind wir schon gefragt. Okay, ist noch nicht allzu viel erkundet, aber wahrscheinlich löscht er das beim neuen Stand. Ich weiß es jetzt nicht. So, dann brauchen wir den hier, jawohl. Wie sieht es denn aus? Licht, Licht. So, Licht. Das war Spiegel. Das ist Licht. Hier geht. Okay, was haben wir denn für Uhrzeit? Was haben wir noch? 20 Stunden Zeit. Nächste Pause, 10 Stunden, 11.50 Uhr. Ja. Das schaffen wir. Dann müssen wir sowieso unterwegs mal rasch machen, weil das doch relativ weit ist. So, Bremse los und ab der Fähre. So, was... Wo willst du, dass ich hinfahre? Links. So, rum ums Eck, komm. Na, da müssen wir ein bisschen lernen. Das muss man gucken, ob man das auch geschicktes hinkriegt. Mit dem langen Geschoss da. Gucken wir es an. Na, lassen wir mal Berlin hinter uns. Oh, ja, ist ok, danke. Was, kein Ticket? Ok. Na, die Krone ist ja noch schon toll aus. Da passt dieser Norsken ganz gut dazu. Hinten die Hochhäuser, Skyline Berlin. So, na, dann lassen wir los hier. Wehe, Tatsache, also hat er ja doch hier eine rote Welle da. So, was sagt er hier in Richtung Leipzig-Bassstock. Na gut, sei es dran. Ach, wieder die schmalen Hemter da. Das war dann wohl nicht. Genau. Oh, da läuft gleich ganz gut hin, na ja. Eeeh. 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 Der Profi-Liner. Eeeh. 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 Gehen wir mal da rüber. Dann lassen wir das rüber. Jawohl. Pastor. Okay, und da wurde er rechts. Arme aus Elefantenrinnerschuppe Riesle Elefantenrinnen Lass mich mal vorbei du Knilch Dankeschön Na gut, dass ich schnell vorbei komme Oh, man hätte da tanken müssen Nächste Was sind wir im Freistaat? Ui, keine Sperrenzchen hier Ok, nächste Tankstelle müssen wir tanken Hei, hei, dass man nicht aufpasst Ja, da müssen wir gleich den Mods alle installieren wieder Und wieder einige Aktualisierungen von JessieCat Das machen wir dann im Anschluss Was wir da wieder im Laufenden sind Lauft eigentlich alles problemlos Bisher Oh, jetzt müssen wir aufpassen, wo müssen wir hin? Lässt du mich rüber? Er lässt mich rüber Leipzig, Nürnberg, Erfurt Das passt, ja Oh, die Polente, gut Ich kann nicht so schnell fahren Leipzig, Erfurt, Nürnberg, Dresen, in meinem Park Wir bleiben in der Mitte Wir bleiben in der Mitte Da bleiben wir hier Nürnberg, das verstehe ich genau in die Richtung Ich schaue auf der Karte Aber das müssen passen, genau Nürnberg Jupp, das passt Ne, da wollen wir nicht nach Leipzig Dresden, Erfurt, Nürnberg, da passt Ah, der kommt da auch und will Elefanten drin machen, ok Der Iveco Weiii, ei 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 Haha, Zappalotto So eine abrupte Kurve, da kommen wir Ne, wir schieben mal wieder rechts Und jetzt Aber dann lauft er fast von selber So, jetzt müssen wir hier Links bleiben, oder? Na schauen Was steht denn dran? Nürnberg, München, Links bleiben Also lassen wir hier rüber Hey, was war denn das? Wo komm denn du her? Na, da soll ich einmal schnell herkommen Da hinter mir Ah, eine Frechheit Die hat einfach rüber gezogen Ich hab schon geblinkt, langsam rüber Der hinter mir hat langsam abgetan Da wäre schon Angst, dass er kommen Oder irgendein Spinner da So So Oh, na schade, da kommt Tanke, jawoll, Tanke ist gut. Oh, ist das wieder so, Tanke, oh je, na gut. Ja, komm, einmal volltangen bitte, was passt denn rein, 100 Liter, 200, 300, oh ja, 400, 500, da läuft der Autosopneis, 600, 120 Liter, cool, oh, die standen alle dahinter, wolltet auch, okay, also dann nichts mehr ab hier. Hast du ja auch hier ran dürfen? Oh, da das rausfahren ist echt klasse. Oh, wie soll ich da rauskommen? Wie schnell kann ich die Reihe beschleinigen? Oh, was ist denn jetzt, Kapitalo? Geht's noch? Na? Na? Oh, der pfeift da auf, bei dir. 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 Oh, mein du. Wie sieht's denn aus, was sind wir denn aus? 7 Stunden bis zur nächsten Pause, 23 Stunden Restzeit. Oh, was sind wir denn? Ach, da geht's eh nicht raus, okay. Nehmen wir so geradeaus weiter, okay. Und sind jetzt eigentlich, ja, kurz vor Nürnberg, ne? Dresden sind wir vorbei, Leipzig schon lange erfährt. Ja, da ist die 9er, da geht's jetzt nach Frankfurt, da wollen wir mal nicht. Mal runter nach Nürnberg und dann die 3. Die 3 nehmen wir Richtung Österreich, jawoll. Was sagt denn der, noch ein Fahrzeug, noch 8 Stunden, okay. Und die Uhr sagt, was sagt die Uhr, 15 oder irgendwo, genau. Ja, äh, 25 Grad, nicht schlecht. Oh, die Autoren gehen wir in den Koffe hier. Dann machen wir nicht zur Sightsegel. Ja, da geht's sicher nach Prag, genau. So, lass gucken, was immer. München, Nürnberg, immer die 9, jawoll, okay. Dann machen wir hier rechts rüber. Mal schee rechts rüber. Mal schau. Tome Oban Ses kenne ich jetzt gar nicht. Ah, guck, Baustelle, cool. Wildwechsel, Radarkontrolle, so schnell fahren wir noch nicht. In der Radar, gut. Ah, dann wird es jetzt auch kurz gut. Das sieht auch noch schön aus. Nach, realised is die Eureküstung mit Zähn. Außerdem gibt es noch auf den auf Metall Oshopard meeresem. Was für mein AzIMiss, geht? Geintre刪 und wird mit einer Asimickeста lighten. Wir laufen noch nie vor, wir herrinnen können. Wenn man classics nicht, noch nicht folgt. Das war's. 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 Das war's.